Okay, an die Schiffssachen, da komme ich noch nicht ran. Eine Reisfarm. Reis. Talheib. Und Reiswein. Der Reiswein wäre nicht schlechter als trinken. Kaufen wir mal 20 davon. Äh, ja. Ich habe gerade mit der, dadurch, dass ich es auf dem Numpad eingegeben habe, meine Framezahl in der Gegend rumgeschoben und habe mich gewundert, warum. So, da ist der Wakura-Pass. Ach ja, und, äh, wo ist mein Schiff? Da ist mein Schiff. So, kann ich da irgendwie die Reihenfolge bestimmen, was, wann getrunken werden soll? So, einen hätte ich gerne für mich selber, bitte. Und ja, das Obst. Das packe ich auch mal da rein, dass wir am Anfang unsere Moral nicht so sehr, eigentlich eher heben. Unsere Moral, das ist gut. Matrosenbrei. Ja, das macht die Moral ziemlich stark hoch. Also, mit, gerade mit so, mit Matrosenbrei und Kappatee kann ich, ähm, die Moral der Schiffsmannschaft wieder etwas in die Höhe treiben, wenn die nachher zu sehr an Schiffszwieback und Wasser leidet. Ach, das kann man doch noch so stacken. Ah, gut zu wissen. Das war dann wohl wieder der Stack-Bug. So, jetzt wollen wir aber hier in den Wakura-Pass. Weil wir dann durch die alte Ausgrabungsstätte... Der Pfad vor dir ist durch chaotische Fußspuren gründlich aufgewöhlt und die wenigen Pflanzen, die ihn säumen, sind übel mitgenommen. Hier könnte ein Kampf stattgefunden haben. Das Gebiet durchsuchen, das macht mal wieder... Edda. Edda weiß sofort, was er von dem Durcheinander zu halten hat. Die fehlenden Blutspritzer deuten darauf hin, dass hier kein Kampf stattgefunden hat. Außerdem erkennt dein Gefährder sofort die klauenartige Fußspur von Xaurims. Die Spuren scheinen ganz frisch zu sein. Eine trockene und fahlsere Glyane wurde über den Pfahl gespannt und unbeholfen mit Erde bedeckt. Dahinter erschaut eine Gruppe von rumgewandter Personen und kauen sich in eine nahegelegene Flusspiegung nieder. Jeder ist an seinem Platz erstarrt. Sie sind aschfahl und grau wie Statuen, die aus Ruß gemacht sind. Also Xaurims auf der Lauer. Falle entschärfen, bitte. Obwohl die Falle simpler aussieht, nimmst du dir die Zeit, um sie zu entschärfen und ihre Teile einzusammeln. Gegenstand da halt eine ätzende Wolke. Ja, vorsichtig vorwärts gehen, nach den Xaurims suchen. Vor dir hörst du leines Gezwitschern und Brummen. Du kannst im Gestrüpp kleine und sich bewegende Gestalten ausmachen. Deine Waffe ziehen und anschleichen. Dich näher heranschleichen, um alles zu beobachten. Du kriegst näher heran und teilst das Gras, um besser sehen zu können. Eine Handvoll Xaurims zischen und starben sich gegenseitig an und schwingen die Speere in ihren schubbigen Händen. Sie stehen über dem, was anscheinend ihren Streit ausgelöst hat. Ein kleiner Haufen Beutel, den sie wahrscheinlich von anderen Reisenden gestohlen haben. Fenrir losschicken, um sie abzulegen. Nach einem kleinen, leißen Streichen macht sich Fenrir auf. Kurz danach hören die Xaurims mit ihrem Streit auf, da sie in der Fernwürfe was gehört haben. Sie laufen in Richtung des Geräusches, aber du bist zuversichtlich, dass der tierische Gefährte sie müllos abhängen wird. Da die Xaurims weg sind, kannst du aufsäumen, was sie zurückgelassen haben. Du findest ein paar Münzen, einen zerschlüsseln Umhang und ein altes Stilett. Dreimal Kupferhaufen ist nur ein Kupferpandwert. Die Kupferbirne ist die Grundwährung der Valianischen Republik. Und es sind ihren Stadtstaaten und ihrem erweiterten Handelsimperium Auflagenstaat. Ich find das so cool, dass sie sich Mühe gemacht haben, sich verschiedene Währungen und so auszudenken. Du hast einen Gegenstand erhalten, Umhang. Das ist einfach nur ein Umhang, der Geldwert ist und ein Stilett. Okay. So, Iotas Fußabdrücke. Was ist das? 20 mal Ale? Hm, okay. Und das ist frisches Obst, oder? Tatsache. So, ich muss jetzt aber nochmal eins machen. Also für diejenigen, die sich wundern, was ich da manchmal treibe, ich mache Screenshots für meine Thumbnails. Das E lasse ich mal da, wo es ist. Wobei, ich kann 20 behalten und 9 wegpacken. Also 20 wegpacken, 9 behalten. Genauso kann ich das Wasser hier noch hochpacken. Ja, das ist gut so. Dann haben wir ausreichend zu trinken und gut zu essen. Medizin und Kanonenkugeln müssten wir noch besorgen, dann irgendwann. Hafenkanone, Hafenkanone, Kanonier, Kanonier. Rumtrottler, Regea, Matrose, Steuermann. Rastende Besatzung. Chirurg, Koch und Navigator. Wir haben den Standard, danke. Den Standardlatern und den Standardruder. Und wir haben einen Chavere-Rumpf. Und können das Ganze auch noch reinfärben. Ja, wir müssen da erstmal unsere Kuh reinpacken. Schiffszimmer mal erfolgreich freigeschaltet, weil ich die Kanone verschoben habe. Hafen, achso, das soll Backbordkanone dann wahrscheinlich heißen. Das Steuerbordkanone. Wir sollten auf beiden Seiten eine Kanone haben, auf jeden Fall. Und zwei Kanoniere später. Wir haben ja insgesamt fünf Matrosen. Einen haben wir als Steuermann. Zwei haben wir dann als Matrosen. Einen sollte ich als Koch einsetzen. Oder als Navigator. So, jetzt haben wir erstmal in die englitanische Ausgrabungsstätte. Ja, die beiden sehen wir, also von ganz rechts aus nach links, sehen wir die zwei nach Paligina und Alof aus. So, diese weibliche Version von Kanna ist mir neu. Was ist denn ein Stufenaufstieg, nur weil ich hier angek... Oh Gott. Erstmal ein Stufenaufstieg, eine neue Fähigkeit und eine neue Waffenkunde. Äh, Mechanik immer noch. Erstmal. Und hier, ähm... Mache ich mal Findigkeit. Eine neue Fähigkeit. Da hätte ich gerne mal markierte Beute. Armbust oder lieber... Pistole. Nehmen wir mal Pistole. Gut. So, Äther kriegt... Sprengstoffe. Kriegt... Mal einen Putin überleben. Fähigkeitsmäßig... Könnte ich das nehmen? Ich könnte aber auch... Na, sicher nicht das. Sondern das hier eigentlich. Leichte Treffer in Treffer umwandeln. Das klingt eigentlich am vernünftigsten. Aufgewertet von rein ins Getümmel. Sengt den Rüstungswirt des Gegners aus dem Feuer. Erlaubt es dem Kämpfer, Verbündeten Sicherheit zu ziehen, wenn sie das möchten. Verletzt den Verbündeten nicht. Ah ja. Konstante Erholung. Nehmen wir mal lieber sicherer Schütze, dass die... Das leichte Treffer... Weniger werden. Jetzt könnten wir... ...Ether allerdings... ...Schwert herbeibringen. Schwert. Schwert. Halbschwert. Halbschwert. Zu verbundenen modalen Fähigkeiten. Halbschwert. Der Charakter greift aus einer Verteidigungshaltung heraus an und achtet darauf, niemals seine Schwachstellen ungedeckt zu lassen. Ein Geschwindigkeitsmalus, aber mehr Abwehr. Ja. Und das hier kann er ja so. Ja. Ja, Säbel. Ne, geben wir ihm mal Schwerter. Gut. Und jetzt fehlt noch Xoti. Xoti kriegt Diplomatie. Kriegt noch ein bisschen Athletik. Zaubermäßig wollte ich hier den Zauber geben. Ja, kleiner Schild, der reicht. Streitachs zum Beispiel könnte ich hier geben. Oder Kriegshammer. Achso, Speere waren schon immer eine. Ne, ich könnte ja aber auch Streitkolben geben. Das passt so dem Priester. Was hast du denn? Okay. So, weil jetzt könnte ich mal ganz kurz gucken. Waffenmäßig. Ähm. Jetzt noch grad so schnell. Ja. Das Schwingen des Säbels in großen Wohngartigen erhieben, erhöht die Durchschlagskraft auf Kosten der Erholungszeit. Ah ja. Du musst in deinem Schild, um gegnerische Waffenangriffe auf Kosten der Erholungszeit zu blocken und falls erfolgreich dem Eingriff vollständig zu widerstehen. Ja. Das heißt, das könnten wir einschalten, wenn wir gegen starke Gegner kämpfen und das wenn Edda von vielen Gegnern umzingelt ist. Ja. Bei Xorti, verwende deinen Kleinschirmangriff, um den Nachkampf auf Kosten der Erholungszeit besser abwehren zu können. Wenn du von Nachkampfwaffen verfehlt wirst, hältst du eine höhere Genauigkeit für deinen nächsten Waffenangriff. Ah, vorsichtiger Angriff. Du hackst und schlitzt bei deinem Angriff wild darauf los. Das ist ein super vorsichtiger Angriff. Ja gut. Ähm. Ja, aber ich würde Edda trotzdem gerne mal jetzt ein Schwert in die Hand drücken. So. Einfach weil ich es kann. Kupferhaufen. Zwei und... Ja. Pfff. Habe ich die jetzt hier irgendwo drin, die Kupferhaufen? Oder wurden die jetzt gerade meinem Gates gutgeschrieben? Wahrscheinlich wurden sie meinem Gates gutgeschrieben. Gut, ich würde aber sagen, ich speichere hier jetzt mal wieder. Das ist jetzt LP 003. Speichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal die Ausgrabungsstätte an. Weil das kommt mir schon ein bisschen bekannt vor, wenn ich hier die zur Asche zerfallenden Leute sehe. Also. Bis dann. Bis dann. Bis dann.